Hallo, 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 wir sind hier wieder live. Reporterin Frau Peters zeigt euch erstmal hier den Vorraum zum Studio. Oh, jetzt sind hier noch andere Leute, die singen auch noch, die sind auch noch live mit, die haben aber gar nichts damit zu tun. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Also, wir berichten heute wieder live aus dem Studio von dem Fantastical, der Fluch des Drachen. Wie das bei einem Fantastical so ist, das habt ihr euch ja schon mal so, wir haben ja schon mal gefragt, was ihr euch darunter vorstellt. So ähnlich wie ein Musical. Es gibt also verschiedene Rollen, deswegen haben wir uns Gastsänger und Gastsängerin eingeladen. Und heute haben wir wieder einen dabei, dann werden wir gleich das Geheimnis mal hier reingucken. So, dann gucken wir hier erstmal, wen haben wir denn hier? Ah, wer hätte das gedacht? Steht ja da. Ja, schönen guten Tag, lieber Kastus. Warum hältst du die Kamera nicht quer? Nächstes Mal kannst du es, naja, jetzt ist es zu spät, jetzt musst du es so machen. Nächstes Mal kannst du es quer halten. Aha, okay, jetzt kriege ich hier noch einen kleinen Filmunterricht. So, der Kastus, der ist heute nicht unser Gastsänger. Der Kastus singt natürlich auch. Das sagen wir mal noch nicht, was der Kastus singt, das werdet ihr mal noch raten. So, haben wir jetzt hier den, 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 den nächsten. Ha, 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 ha. Auch nicht, den kennen wir nämlich auch. Ja, wo ich mal die Haare kämmen kann. Ja, der hat sich nicht mal gekämmt hier. Was macht der denn, ja? Hallo, Nori. Was singst du denn? Das sagen wir auch noch nicht, ne? Singst du überhaupt? Aber dass du singen kannst, wissen wir ja, seit dem Neuesten. So, jetzt haben wir mal hier. Hauen wir hier. Da. Ah. Ha, 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 ha. Kann man nicht erkennen. Jordan spielt nicht erkennen. Das ist der Jordan, das ist, nee, da fällt das Licht komisch drauf. Jordan spielt den Sack. So, warte mal. Deine Verbindung ist schwach. Meine Verbindung, ich bin ein Schicksal. Meine Verbindung ist sehr gut. Na, wollen wir mal gucken, ob dieser Film überhaupt was wird. Was macht der Jordan denn hier bei diesem Song? Ein Dudelsackspiel. Ein Dudelsackspiel. Das ist das, was ich halt kann, ne? Nein, ich kann mehr. Ich kann mehr, aber hier im Moment brauchen wir einen Dudelsackspieler. Und ich war halt gerade da. Okay, die Verbindung ist immer noch schwach. Ach, hoffentlich wird das hier überhaupt was. So, 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 so. Wer sitzt denn hier wie beim letzten Mal? Ja, wer denn? Da haben wir den Produzenten Markus. Co-Produzenten. Co-Produzenten. Ja, und der Markus, der singt manchmal auch. Ja. Aber singst du heute? Heute singe ich nicht. Nee, was singst du denn? Wer bist du? Darf ich das sagen, Dorot? Ja, sag mal, sag mal. Ich bin der König. Wer hätte es gedacht, natürlich. Ich bin jetzt doch böse. Ja, und ich bin doch gern mal böse. Ja, ja. So, also ihr seht hier, das ist hier irgendwie so, an den Knöpfen dreht er immer rum. Und trinkt auch viel Wasser, sehr, sehr gerne. Trinkt auch viel Wasser und so. Das ist ein Witz. Wir haben hier noch jemanden. Wasser-Sauber-Job. So. Wen haben wir denn da? Hallo. Mein Name ist Holly. Sein Name ist Holly. Und der Holly ist der Sänger von der? Letzten Instanz. Ja. Ihr habt da ganz gut mitgeraten. Der Holly wurde am meisten genannt. Wurden auch ein paar andere genannt. War jetzt auch irgendwie die Tipps gar nicht so schlecht. Aber die, den Holly genannt haben, die haben gewonnen. Der Holly ist der Krieger. So, jetzt hoffen wir mal, dass ihr, dass ihr überhaupt den Film... Ich weiß nicht, warum ihr das geraten habt. Wegen der Basssänger in der Bundesmarine, glaube ich, dass du als Tipp gegeben hast. Ja, ich habe das verraten, dass du im Marinechor gesungen hast und dass du Kinderbücher schreibst. Ich glaube eher die Kinderbücher waren der Tipp. Vermute ich mal, oder? Naja, es ging ja, du wolltest ja hoch singen heute. Aber der König hat gesagt, sing dich. Und wenn der König... Ja, ich sehe hier gerade, die Verbindung ist schlecht. Scheiße. Na, dann machen wir jetzt mal Schluss.